Simon Schemp hat bei der Verfolgung der Herren leider ja keine Medaille geschafft. Ganz knapp war er dran, aber eine Nation, die da richtig abgeräumt hat, das waren die Franzosen. Ganz vorne natürlich Marcin Foucault, der Gold geholt hat und sein Teamkollege Jean-Guillaume-Béatrix, der hat Bronze geholt. Und ich bin heute hier im französischen Haus im Club France und die beiden werden gerade natürlich gebührend gefeiert. Und ich bin heute hier im Club, der in der Kamine ist mit dem Assessor. Patrick, ich möchte euch jetzt noch ein bisschen auf den Kontaminen-Montjoa machen. Ja, aber es ist ja schon lange. Ich weiß, dass er in der Zeit ist. Ich bin heute in der Zeit. Das ist ein Wettbewerb. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit für die Aufmerksamkeit. Das war ein super Moment. Franchement, wir sind hier glücklich. Und ich glaube, Frau Minister des Sports, Valérie Ternanon, kommt und er wird uns auch auf der Seite.